Satisfied Coming to my little scannabins Come on, it's just in line I love you too much For you Back to Beat hat an der Dösemmerdorfe gespielt, weil der Godi hat die Hertha gekannt und sie setzt sich ein für das Gemeinschaftszentrum Dösem und wir hatten dort an der Dösemmerdorfe eine Festwirtschaft und so kam es einfach dazu, dass wir auch zu einem Konzert gekommen sind Wir haben recht gut angefangen, haben inzwischen einen Stromunterbrauch gehabt und ich habe alles erzählt von der Dösemmerdorfe gespielt und sie sind in Dinge und sie sind in Dunkelndorff Wir haben nicht einmal gewartet, dass wir nicht einmal gewartet und sie sind in Dunkelndorff und sie sind in den Dösemmerdorfe gespielt, weil wir nicht wieder würde sie sind in Dunkelndorff wir haben die auf die Dösemmerdorfe gespielt, weil wir sind in diesen Tag Back in your eyes, back in your eyes, back in your eyes ELECTRON! oh Am Schluss hat es uns dann wirklich den Strom rausgehauen, aber das haben wir relativ locker genommen. Wir haben ja nicht irgendwo im Hallenstadion gespielt, sondern an den Alteisen im Dorf, wo es sehr familiär zugegangen ist. Am meisten Applaus hatten wir natürlich an denen, die den ganzen Abend geblieben sind. Markus und Rita waren da und René und Marion, die eigentlich Brigitte heisst, aber das gar nicht weiss. Und ja, dann haben wir Help gespielt. Der Schluss, wo uns den Hauptschutz rausgejagt hat, das sieht man nicht mehr. Wir haben ja nicht hier, dann sind wir auf den ganzen Tag. Wir haben ja nicht, wir werden noch einmal versucht, das ist eine Wanderung. Wir werden uns in Erinnerung handeln, dass wir in Erinnerung haben. Wir werden uns in Erinnerung durch den Aufstattungen gehen. Also können wir uns in Erinnerung auf den Aufstattungs-Protokaden. Wir werden uns in Erinnerung nicht wiederholen. Aber wir sind nicht in Erinnerung nicht direkt und nachdem wir das Gefühl haben. Vielen Dank.